So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go auf meinem Kanal RamsesderDicke. Es gibt zwei neue News, die eigentlich eine News sind, aber ich es jetzt einfach trotzdem in zwei Videos packe, weil es zwei verschiedene Thumbnails und Titelbilder gibt und ich die Thumbnails so schön finde, deswegen möchte ich das so machen. Eigentlich ist es gerade Mittwoch, 22 Uhr, Wrestling fängt an, aber wie immer, danke der Jentik. News, jetzt verpasse ich Cody Rhodes, aber der redet ja eh gerade erst mal nur, oder kommt erst mal 10 Stunden zum Ring, sodass ich mich kurz mal hiermit befasse. Begrenzte Forschung mit Libiskus, es war ja schon angekündigt in den Februar News, haben wir ja auch Video hochgeladen, der begrenzte Forschungstag mit Libiskus wird kommen, jetzt wissen wir genaueres dazu. Datum stand schon fest, Samstag, 11. Februar, 14 bis 17 Uhr, drei Stunden Zeit, begrenzte Forschung mit Libiskus. Ist halt jetzt nicht so ein nützliches Pokemon, würde ich erstmal von da rein sagen, aber ist halt trotzdem, passt zu der Zeit und ist halt trotzdem irgendwie niedlich und wer noch kein Shiny hat, wird dort eine richtig gute Chance haben, sich ein Shiny zu gönnen und wer sowieso alles mitnimmt, nimmt natürlich auch das mit. Begrenzte Forschung mit Libiskus, Samstag, 11. Februar, von 14 bis 17 Uhr, Pokemon des Tages. Wenn ihr die Fotoscheiben von Pokestops dreht, erhaltet ihr Aufgaben für die begrenzte Forschung. Wenn ihr diese abschließt, begegnet ihr Libiskus, mit etwas Glück sogar einem schillernden Exemplar. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der letzte Forschungstag war, den wir hatten, wo man Fotoscheiben drehen musste, das wechselt ja auch immer mal ein bisschen. Am Anfang musste man Fotoscheiben drehen, bei Barsch war zum Beispiel, das war glaube ich der erste Forschungstag. Spieler in einem Dorf, die jetzt nur 5 Pokestops haben, konnten in den 3 Stunden dann also eigentlich auch nur 5 Aufgaben machen und hatten da nichts mehr zu tun. War halt blöd, mussten sie weit fahren oder das Nebendorf abklappern. Leute in Großstädten haben es gut, die laufen 3 Stunden durch und haben 3 Stunden lang permanent Pokestops. War ein bisschen unfair, könnte man sagen, aber der Yendik ist ja immer daran gewillt, dass das für alle ein faires und gleichbleibendes Spielerliebnis sein soll. Ja, deswegen dürft ihr euren Standort ja auch nicht verändern, sodass jeder sich aussuchen kann, wo er spielt, aber trotzdem die gleichen Möglichkeiten hätte. Dann zur Koronneszeit war es ja so, dass das, weil ihr eh nicht raus durftet, großartig oder draußen rumrennen sollten, haben die das mal als Forschung in euch in einen Tab gepackt, dass ihr, sagen wir mal, 10 Seiten hattet oder 20 Seiten, immer mit 3 Aufgaben drauf. Bei Snubbull war das so, begrenzte Forschung mit Snubbull, fand ich richtig genial. Konnte man theoretisch einfach zu Hause auf dem Sofa sitzen, Rauch anmachen, Pokémon fangen, Würfe machen, hat diese Aufgaben erfüllt, hat die Belohnungen abgeholt, hat immer wieder Snubbull rausbekommen, ist auf die nächste Seite gegangen, hat das gleiche wieder gemacht, das gleiche wieder, das gleiche wieder. Das fand ich viel genialer und besser, nicht, weil ich keinen Bock habe, mich zu bewegen, aber, weil jeder einfach die gleiche Anzahl an Aufgaben hatte und die gleiche Anzahl an Seiten hatte und es wirklich eine richtig erhöhte Chance gab auf einen Shiny, das hat man gemerkt, das war ein Spielerlebnis, wo jeder einfach die gleichen Chancen hatte und das fand ich richtig genial. Jetzt wo das mit Koronis wieder abgestumpft ist, haben sie es leider wieder anders gemacht, ihr kriegt nicht einfach eure Seiten dahin, die ihr abarbeiten könnt, sondern ihr müsst rausgehen und müsst euch Stop suchen und da werden viele wieder einfach komplett abkacken, gar keinen Bock haben, weil sie einfach bei sich nichts haben und fühlen sich wieder benachteiligt, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Trotzdem gibt es neben den Libiskus aus den Aufgaben auch wilde Pokémon, die hier häufiger erscheinen, die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger, Flakmon, Schlurp, Miltank, Lilieb, Barschwa, Parfi, alle können Shiny sein, dann Imantis, was nicht Shiny sein kann und mit etwas Glück begegnet ihr sogar Mammolita, Shiny. Ja, so eine blaue Kuh geht immer mal für zwischendurch, Barschwa, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nur noch riechen und schmecken und das war eigentlich schon die ganze News, wie gesagt, kurze News, das war alles. Wie ist eure Meinung dazu? Freut ihr euch auf die begrenzte Forschung mit Libiskus? Habt ihr schon ein Shiny Libiskus? Ich habe ein einziges und das auch nur, weil es getauscht wurde, ansonsten hatte ich gar nichts und das ist das Problem, ich finde, das ist immer noch eins der relativ selteneren Shinies gewesen, danach vielleicht jetzt nicht mehr so, aber ich denke mal, viele Leute werden keinen Shiny Libiskus haben. Ich finde es cool, was ich mache, weiß ich noch nicht. Ähm, ja, Streamen braucht man ja nicht, außer man streamt von unterwegs, rennt rum, Samstag, muss ich mal gucken, 11. Februar ist ja dann auch schon bald. Habt ihr Bock? Was fandet ihr besser? Stops oder die Aufgaben direkt bei euch im Tab? Ich habe meine Meinung gesagt, ich möchte eure Meinung wissen, begrenzte Forschung mit Libiskus und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ciao!